Ciao zusammen, hier ist wieder Tom von Toms Training, wieder mit einem Gehirntraining-Rätsel, das wird das Letzte sein und nachher startet ja am Ende das neue Mobility-Programm für mehr Leistungsfähigkeit, weniger Schmerzen, mehr Freude der Bewegung und weniger Einschränkungen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Rätselerklärung, und zwar nennt man das Ding das Bug-Game und hier sind wir oder seid ihr und jetzt ist das Ziel, dass ihr eigentlich bei jedem Käfer durchgeht und ihr dürft nur einmal durch den Raum, durchgehen. Also es heisst, ihr müsst dann schlussendlich bei jedem Käfer vorbei gegangen sein, aber ohne, dass ihr zweimal durch den gleichen Raum oder durch den gleichen Käfer geht. Und am Schluss nachher hier durch, ausgehen. Genau, also ich kann euch schnell so ein bisschen zeigen, die Horti, schauen, ob ich das arbeite hier mit dem Handy und mit dem Filmen. So, zum Beispiel so durch, so durch, so durch, so durch, so durch, so durch. Und, so durch, 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 Jonathan, nom. Tschüss zusammen. Bis gleich.